hey Leute ich glaube ich mache jetzt mal so ein kleines Let's Jump auf einer Jump One Map dann fangen wir glaube ich mal an deshalb ist die Pixel Jump One heißt die und die Map wurde von dem Team Elipide gebaut Luca 1 Kaisel 1 R YouTube-Kanal er hat ja drauf gehen Regeln Spiel auf Peace wohl er ich habe es den ersten mit 1 7 2 ich habe damit kein Unterschied macht Ich baue keine Blöcke ab und setze keine Blöcke hin, außer es wird verlangt und keine Bilderrahmen zerstören, um an die Gegenstände zu kommen. Es ist erlaubt, die Zeit zu ändern und den Regeln abzustellen, sonst keine Cheats oder Mods. Nicht zerstören. Textur war geeignet, Default, Server, Monster ist gleich raus, Command Block ist gleich an. Ja, ich habe das Texturpack drin, faithful, das ist so ähnlich wie das Default Resource Pack, nur hoch aufwesender. Was steht hier noch dran? Wir kommen auf der Mac Pixel Jump-in-One. Diese Map ist eine reine Jump-in-One-Map für Anfänger, nicht geadnet, das ist eine Map für fortgeschrittene Jumper. Diese Map hat vier Wege mit insgesamt 20 Challenges. Ihr müsst die Challenges in der Reihenfolge machen, da alle Türen zu sind. Die nächste Tür öffnet sich, wenn ihr am Ende einer Challenge einen Hebel umlegt. Bei der ersten Challenge ist natürlich die Tür öffnet. Ihr bekommt nach jeder Challenge Neter Sterne. Als Skog gibt es... Als Skog. Es gibt auch versteckte Truhen und Bonustruhen mit Neter Sternen. Das Team Elipide wünscht euch viel Spaß. Das ist alles so aus Pixel gemacht und so. So wie heißt es auch Pixel Jump-in-One. So, alles schon wieder zumachen. Zumachen, nein, ich will das zumachen. So, ja, dann warten wir mal, bis wir gerade sitzen sind. So, oh, dein Spielmodus wurde geändert. Nein, Weg 4, wo fängt es an? Hier, Challenge 1 bis 6. Okay. Wenn diese Fackel leuchtet, hast du alle Challenges von Weg 1 geschafft. Schalte umlegen, damit sich Challenge 7 öffnen. Keine Challenge, so Bonus statt Pixel City. Diese Stadt gibt es keine Schatten, manche können nur Neter Sterne finden, ja, nee. Das machen wir vielleicht später am Ende, das so. Der erste Eisenblock. Gebaut von Luca R3. Challenge 1. Da will ich ran. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das ist Schwierigkeitsstufe Mittel. Das ist aber auch nicht ganz so leicht. Aua. Nein. Die erste Challenge... Für die erste Challenge ist es schon etwas schwierig. Auf jeden Fall dieses Sprung hier. So, tschack, und zack, und zack. Und jetzt kommt... Und... Wow, das war knapp. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich alles wieder zurücklaufen. Aber ich habe es geschafft. Und was ist hier oben? Hier geht es weiter. Was ist hier unten? Ach, das ist der Checkpoint. Okay. So. So, dann ist es da rein. Dann da rein. Geschafft. Jetzt geht es nach oben, nach oben, nach oben. So. Zack, zack. Zack. Ich hieb noch hier. Hier hin. Oh nein. Der Sprung ist böse. Komm schon. So ist das die erste Challenge. So schwer ist der Sprung eigentlich nicht. Da. Ta-da. Ein paar mehr Checkpoints. Nein! Das gibt es doch nicht. Kurz. Oh mein Gott. Kurz vor. Ach komm, das gibt es doch jetzt wirklich nicht. Das ist doch... Oh Mann. Jetzt habe ich das fast geschafft. Und natürlich den letzten Sprung, wo es so easy geht. Den schaff ich nicht. So typisch. So. Ich bin lieber da. Ich habe gedacht, ich schaffte nicht. Hier ist wahrscheinlich wieder ein Checkpoint da unten. Jetzt sitze ich es mal. Und hier nach unten, sag mal. Okay. Das ist das. Pure. Leiter-Job-Mor. Das war so klar. Wie soll ich das schaffen? Also. Da gibt es... Hier gibt es keine Checkpoints, oder? Ne, keine einzige Checkpoints. Das ist wirklich nicht leicht. Ich sehe jetzt die... Das ist dann closed-on. Nimm mal so bisschen blöd, das sieht man die... Ka... Kaum. Wenn das mittel ist, dann wäre ich kaum... ...wenn ich kaum etwas schwer ist. Ich bin jetzt auch nicht... die schlechte Stärkung so lange und checkt man einmal runterfliegt die Klinik Klickschiff jetzt gerade die Jumps hier aber ich werde jetzt in dieser Zeit werde ich gleich wieder runterfliegen ganz langsam ganz langsam rüber oh mein Gott ich hab's geschafft oh mein Gott schade Change 2 ja, nee, der Sterne oh mein Gott war das schwer wir können es noch die Change 2 machen, es geht schon der zweite Eisenblock ja, mach ich nochmal wieder mal ein 4er Sprung auch cool ey, das gibt's doch nicht die ganze Zeit 3er springen, weil ich übelst schwer das ist da oh mein Gott ich schaff das nicht was ist für die schwer, man ey, das ist echt schlimm ich mein, da steht dran Mittel das ist die zweite Challenge die zweite Challenge, die ist schon so übelst schwer ich mein, hier geht's erst noch aber der Sprung hier ein 4er Sprung das schafft den Sprung nicht Mann ich komm da noch ich komm wieder so scheiß Sprünge danach ey Mann, jetzt komm schon es geht so weit nach oben so so so, jetzt ist es geschafft ey, das ist ein 3er Sprung ich hab einfach mal den 3er Sprung nicht, gell ich renne einfach mal zu weit so, klar einmal schafft man den Sprung und dann wird's gleich ey ey, was war denn das jetzt Mann fuck, dauert es lang ey, ich hab das gerade gar nichts mehr, ey ich schaff's gerade nicht mal mehr zum 4er Sprung ey die wollen mich jetzt verarschen da tue ich es nach jedem Sprung stoppen, ok ok, nach jedem Sprung stoppen das ist zwar viel schwerer, aber egal ey, ich renne immer zu weit hier renne ich ja nie zu weit komischerweise die Sprung stoppen ist ja eigentlich auch immer leicht ob es jetzt 3 weit und 1 hoch ist oder 4 weit ist ja eigentlich was ist das gleiche ja, ist endlich mal weitergeschafft ja, ist endlich mal weitergeschafft ja, ist endlich mal weitergeschafft es ruckelt bei mir grad oh Gott, wenn man das jetzt schafft da kleben kann ich hab's wirklich geschafft hier geht's weiter so ich hoffe, damit so schnell so was noch immer kommt aber die Sprünge danach waren ja gar nicht so schwer es waren ja am Anfang die schwierigen Sprünge ich find's halt, es geht am Anfang schon übelst schwer los ich steh dran mittel ich will gar nicht wissen, was Schwierigkeitsgrad schwer ist das werden wir schon früh genug sehen, glaub ich ich glaub irgendwie der Makler in der Sprünge der was das ich gebot hat ne super so so schon die schlimmsten Sprünge, die wurden warte, ich zeig's gleich die hier die hier gibt's da ja ist da nochmal so'n Schwarzsprung ach Gott egal, das schafft mir schon ich zieh nur nur 20 Challenges und wir sind grad erst bei Challenge 2 aber wir brauchen halt ein paar Parts ein paar Parts komm, in der Folge schaffen wir den Sprung jetzt hier noch denn hier nein oder auch nicht noch den Sprung schaffen wir noch in der Folge ich sagte, den Sprung schaffen wir noch in der Folge ich sagte, den Sprung schaffen wir noch in der Folge und hier schaffen wir es ja jedes Mal sag ich doch, wir schaffen denn noch diese Folge ja wir sagen, nächste Folge machen wir weiter und ciao